Siedler Limit ist erreicht. Ich kotze im Strahl. Ja, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Die Siedler 6. Aufstieg der Kulturenblödsinn. Aufstieg eines Königreichs im Add-on Reich des Ostens. Und hi, Patrick Z. in den Chat. Und ja, wir haben ja mit Mission 6 schon angefangen im letzten Livestream. Und genau da geht es heute weiter in Prabhazdan. Flicken wir mal auf Laden, denn das lädt ja wieder ein kleines bisschen. Und natürlich hi an den Rest. Jetzt. Okay. Okay. So, kurz zur Orientierung. Wir hatten diesen Stein hier erschlossen. Wir haben die Quest noch nicht abgeschlossen, weil wir eigentlich ja hier noch... Wir probieren das nochmal. Versuchten wollten, dieses Territorium einzunehmen. Hat nicht so ganz funktioniert, weil unser Säckel dann da hochgelaufen ist. Das probieren wir jetzt einfach nochmal. Und wir müssen hier auf jeden Fall auch gucken, dass wir irgendwie Steine abbauen. So, lasst mich überlegen. Hier. Mhm, 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 so. Mhm, okay. Ist eigentlich wurscht. Und hi, Sonnens. Und hi, Flo. Schön, dass ihr dabei seid. So, äh, 37 Steine. Was konnten wir denn eigentlich noch? Was hätten wir denn tun sollen, ausbautechnisch? Das... Oh, Kirche und Lagerhaus. Tatsächlich. Sonst noch irgendwelche Updates hier? Meine Güte, ich weiß wieder gar nichts. Oh. Uah, uah. Was ist denn hier los? Auf euren Befehl. Der kommt sich zu deinem Karren? Oh, oh. Ich höre irgendwas knurren. Und was macht mein Dieb? Der steht hier oben? Okay. Ah, es sind lange Wege hier. Aber nein, der versucht es wieder hier oben lang. Kacke, ey. Warum? Also hier ist auch ein Tiger. Der muss auch weg. Ja, supi. Dann komme ich ja gar nicht an das Eisen ran. So ohne weiteres, ne? Weil... Der mir jetzt hier wieder gekillt wird. Ja. Toll. Jawohl. Kämpft weiter. Hier, haut drauf. Schaffst du doch alleine, Hakeem, oder? So. Okay. Ja gut, wenn das nicht funktioniert, dann sollten wir... Das mit der Brauch... Im Steinmetz fehlt es an Stein. Das ist eh ein bisschen doof hier, ne? Können wir da ein Tor reinbauen eigentlich? Geht das? Können wir das zu unserer Mauer machen? Könnte ich jetzt hergehen und sagen... Ich, äh, zimmer hier richtig rum? Beanspruch, neutrales Trittorium mit eurem Ritter. Ähm, äh, auf welcher Seite stehst du denn? Das kann ich nicht beanspruchen. Das gehört doch schon jemand. Ich will keinen Brunnen bauen. Ich will hier eine Mauer reinbauen. Komm. Das wäre doch... Naheliegend. Geht nicht. Prima. Geht aber allgemein hier auch... Aha. Okay, der Sektor fängt erst hier unten an. Sollte ich ihn dicht machen? Ja, okay. Dafür haben wir jetzt eh keine Steine. So, und du rennst schon wieder irgendwie zum Tiger. Tönt man den auch noch. Wenn wir schon mal da sind. So, auch high an Felix natürlich. Bevor der Bub wieder ins Bett muss und uns hier alleine lässt. Wie gestern. Ihr könntet mal ein Fest vertragen. Ihr habt noch keine Ehefrauen. So. Es gibt kein Zurück. Da, you. Tiger. Okay. Dann kannst du jetzt los. Bruder muss los. Wo willst du eigentlich hin? Keine Ahnung. Okay. Dann machen wir vielleicht doch die Quest. Was weiß ich. Oh, und du bist angekommen. Das ändert natürlich alles. Hakim, dann, ähm... Geh mal zum Eisen. Du bist angekommen. Ja, lol, ey. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wie schaut's denn eigentlich lagertechnisch aus? Okay, wir haben Holz. Können wir Holz verkaufen? Nein. Nope. Wir können... Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Gar nichts verkaufen. Reinigungsartikel könnte man... Äh, nicht Holzfäller plötzlich. Wir könnten schon mal ein bisschen vorbauen mit... Besen. Wo machen wir das hin? Ist jetzt nicht so wichtig, das Gebäude. Machen wir hier hin. Und wir könnten... Und wir könnten dann probieren, ob wir hier eine Mauer bauen könnten. Vielleicht. Kostet mich halt Steine. Ich mach's trotzdem. So, oh, hier wär'n noch Ruinen. Auch cool. Wie ihr wünscht. Da können wir ja die... ...Kohle wieder reinholen. Verstanden. Vorausgesetzt, ihr lauft nach unten. Schon unterwegs. Wär aber doch dämlich windig. Und wo gehst du? Sofort. Natürlich gehst du nach rechts. Verstanden. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ei. So. Soweit so bescheuert. Jetzt, ähm... Wir haben immer noch kein Eisen. Das kriegen wir dann wahrscheinlich, wenn wir hier... Questtechnisch... Na, bei euch kriegt man's eher nicht. Später halt. An die kommen wir auch nicht ran, an die Eisenmine. War... Generell kommen wir nirgendwo mehr ran. Wir könnten schon mal gucken, ob wir... Aber wenn ihr dann auch oben lang lauft... Dann... Bringt das ja eh nix. Komm, probier aus und... Wir... Gehen dann... Doch, jetzt einfach hier rum. Verstanden. Was hat er denn hier? Stein. Schön. So, sogar mein Geologe rennt hier bei ihm durchs Lager. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ja, deswegen haben wir ja einen hier gebaut. Wir werden angegriffen. Nein. Wer... Ach. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Unser Geologe vielleicht? Aber hier unsere Steinjungs, die... Unser Geologe wurde getötet. Haha. Hat er auch verdient, die Sau. Spaß. Okay, also ist ziemlich sinnlos hier hinten. Mit dem Eisen. Wissen wir das jetzt auch? Wie ihr wünscht. Dann... Nehm jetzt einfach hier Ding. Komm. Rian Ovo Si Keppel. Geil! Buck! Sofort. Auf euren Befehl. Und jetzt? Diese Aufgabe ist erfüllt. Ja, Wahnsinn. Wir danken euch, dass ihr unseren Dorfältesten befreit habt. Wir erwarten seine Ankunft sehnlichst. Wir wollen hören, was er zu berichten hat. Kriege ich jetzt Mauer oder kriege ich sie nicht? Der Stück hier ist schon mal weg. Wo ist denn die anderen? Laufen die vielleicht noch hier irgendwo? Keine Ahnung. Warum sehe ich denn den Bereich aktuell? Nicht mehr. Aha. Da läuft einer mit Holz. Gehört ja zu mir. Tja. Egal. Doch. Ihr seid sogar angekommen. Ja, lustig. Völlig sinnlos jetzt, ne? Ja. Geil. Eine halbe Mauer. Kostet mich fünf. Wir probieren es nochmal. Ich schwimme doch in Steinen. Ist doch kein Problem. Dann lauft ihr jetzt mal hier zum Dorf. Gruppe 1. Gruppe 1. Mein Spion. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Du stehst hier. Dich können wir mal elegant hier hin stellen. Und diesen Kräuterbereich hier könnte man eigentlich auch einnehmen. Wir kriegen ja momentan noch nirgendwo her Kräuter. Das wäre der Nächste. So, können wir jetzt bei dir irgendwas tun? Wir danken euch, dass ihr unseren Dorfältesten befreit habt. Der kommt erst, ne? Wir erwarten seine Ankunft sehnlichst. Wir wollen hören, was er zu berichten hat. Hier. Hier, hier. Ja, Mann. Lass dir Zeit. Oh. Alter. So viel Bier hab ich nicht. Tagt nicht einmal zu hoffen, Fremde. Ich werde nicht tatenlos mit ansehen, wie ihr euren schädlichen Einfluss weiter unter meinen Untertanen geltend macht. Oh, oh. Ich verfüge über genügend Rohstoffe, um das Heer schon bald gen Täler in Marsch zu setzen. Hier hab ich auch einen Dieb stehen. Sofort. Eindringlinge. Ihr wollt mich stürzen, indem ihr meine Untertanen gegen mich aufbringt. Doch ihr werdet kläglich scheitern. Mein Heer wird zum Rube der göttlichen Kanar jeden Widerstand in Täler und Hidun brechen. Okay. Ich hab jetzt schon ein bisschen Respekt vor dem. Gute Neuigkeiten verbreiten sich schnell, auch in Fons Vapour. Wir haben neue Hoffnung, uns aus der Knechtschaft befreien zu können. Aber Brabhard würde uns Hunger leiden lassen, denn wir haben keine eigenen Nahrungsvorräte. Bitte schickt uns Verpflegung. Und wir sagen uns von ihm los. Das Lagerhaus ist voll. Weltklasse. Unser Dieb wurde entdeckt. Lebt er noch? Wir werden angegriffen. Wo? Wieso? Warum? Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Yo, mein Geologe ist ja auch tot. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich gerade. Wer latscht denn hier noch? Die Mauer, wenn die fertig wird, dann... Ach, bringt mir eh gar nichts. Sind wir doch mal ehrlich. Wir konnten ein bisschen Holz verkaufen. Das war schön. Was wir brauchen, ist natürlich ein Haufen Steine. Nach wie vor. Wir haben hier ein Dieb stehen. Ja, auch hierfür bräuchten wir erstmal Militär. Haben wir nicht. Wir sollen Käse liefern. 20 haben wir nicht. Bier 25 haben wir auch nicht. Also... Habe ich aber genug Met. Also brauchen wir eine Brauerei. Das ist mal das Erste. Am besten gleich... Siedlerlimit ist erreicht. Ich kotze im Strahl. Wenn ich irgendwo Steine kaufen könnte, wäre es ja schon mal nicht schlecht. Produzieren wir überhaupt Käse? Milch? Fragezeichen. Kühe? Waren hier hinten, gell? Jawohl. Alles klar. Ähm... Aber auch dafür brauche ich ja jetzt erstmal Steine, die ich nicht habe. Gut. Dann Hakim, gebt nochmal ganz viel Geld aus. Wir haben mein Territorium eingenommen. Für hier. Auf euren Befehl. Das bringt dann auch erstmal nichts. Ach, ist das doof. Jawohl. Verstanden. Ach, okay. Ich hasse dich. Quick Save. So, 750. Was soll ich machen? Ich brauche die Steine. Jetzt checkt nochmal ab. Auf euren Befehl. Wegen Kühen hier hinten. Vielleicht kann ich ja trotzdem meinen Außenposten bauen. Trotz Limit. Und ich hoffe, dass der mich nicht angreifen will. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof hier mit dir. Aber die Mauer ist fertig geworden. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Hier waren Kühe. Yes. Also. Dann kriegen wir diese... Was geht denn hier oben noch ab? Verstanden. Schon unterwegs. Ei. Kommst du nicht hoch, gell? Geht nicht. Alles klar. Wo wird... Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Alter. So viel Geld für die paar Steinchen. Egal. Kannst du Ding bauen? Kannst du? Frage. Ist das Ding hier geschützt? Ja. Es gibt eigentlich nur die Stelle hier über den Fluss. Hier geht's durch. Okay. Warum habe ich diese Mauer hier gebaut? Ist ja dann komplett sinnlos. Alter. Die ist komplett sinnlos. Prima habe ich es gemacht. Nicht. Was brauchen wir denn? 40 Steine. Das muss doch möglich sein. Vor allem da ihr hier... Molle? Was? Egal. Komm. Wir bauen mal ein paar Sachen. Also. Wir brauchen jetzt... Oder was heißt wir brauchen? Wir können... Ach so. Wir können gar nichts. Scheiße. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Gar nichts können wir. Und bis ihr mal irgendwann... Wir haben mein Territorium eingenommen. Steine bringt. Gut. Wir haben nichts zu tun. Wir könnten mal checken. Vielleicht sind hier ja auch Kühe. Wie ihr wünscht. Vielleicht sind da ja auch Kühe. Und können wir hier irgendwie... Dein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. ...an diesem Fluss eine Mauer ziehen? Sieht nicht so aus. Wir müssten hier noch eine hinmachen. Und dann könnten wir wenigstens hier... Aber wir könnten aber bestimmt auch hier dicht machen. Also ich würde maximal den Sektor hier verlieren. Das wäre dann nicht so schlimm. Klamotten haben wir ein bisschen wenig. Da müsste man auch mal irgendwie reagieren. Weil wir haben auch sehr viel Wild. Aber erstmal... ...würde ich mich gerne aufs Bier konzentrieren. Logisch. Ja. Ja. Hier. Stein. Komm. So. Harkim. Hier hätten wir... Toll. Elefanten. Ja. Schön. Ganz viel Wald. Und in dem Wald ist... Die Regenzeit hat eingesetzt. Ja. Natürlich. Was ist denn damit jetzt alles abgetrennt? Der Stein. Und die Kräuter auch. Oh oh. Ihr kommt eh nicht hier rüber. Die Kräuter hier hinten hätte ich auch einnehmen können, ne? Die hier unten sind ewig weit weg. Aber hier ist... ...nichts. Gut. Also. Weiter im Text. Wir brauchen mehr Bier. Kommt. Taverne. Wo, wo, wo? Hier. Haben wir eigentlich schon ein Badehaus gebaut? Solche Sachen. Einmal. Was ist denn hier los? Zweimal. Ähm. Badehaus? Fragezeichen. Wieso hast du keine Reinigungsartikel? Es geht ab, Alter. Noch ein Gerber. Bar steht am Badehaus. Wunderschön. Mann, das muss ich doch hier irgendwo sehen. Ich hab sogar zwei. Gut. So. Dann. Produktion. Käserei. Ja, hab bei mir bauen erst eine Kuhfarm irgendwo hin. Wo? Hier. Zu den Elefanten. Diesen hier. Und. Käserei. Käserei. Vielleicht. Vielleicht. So. So. Dann holt mal bitte die Honigproduktion wieder rein. Kühe sind unterwegs, nehme ich an. Ich sehe nur Wildschweine. Ha. Muuuuh. Okay. 25 Bier zufällig auf Lager. Nein. Aber schon 20. Eine Apotheke steht sogar schon. So, Kräuter. Was? Warum nicht? Hä? Liegt's an der Regenzeit? Hä? Wahrscheinlich. Also gut. Möchte ich diesen Sektor hier haben? Keine Ahnung. Ich mach's einfach. Doch, hier ist was. Das ist ein Schaf. Und das haben wir auch noch nicht. Also. Mäh. Finden wir dafür hier noch Platz? Na. Erst mal das Gebäude irgendwie setzen. Eine Milchbauern fehlt es an Kühen. Oh, das ist sehr optimistisch, ja. Doch. Schau mal an. Und dann einen Weber. Tatsächlich haben wir echt noch nicht. So. So. coole Stadt. Alles gefällt mir. Die ist diesmal richtig schön geworden. Dann könnten wir vielleicht nochmal den Sektor hier... Regenzeit ist vorüber. So. Regenzeit ist vorbei. Kann ich jetzt... Ja. Das war echt an... Lag echt an der Regenzeit. Gut. Batsch. Weiter geht's. Wir haben ein Territorium eingenommen. Okay. Dann sollte ich jetzt, ähm... Da ich nicht so viel Käse produziere, ihn sperren. Ich brauche ihn auch nicht. Das Bier... Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Bären kann ich natürlich nicht. So. Wenn ich den Sektor einnehme, kriege ich neben... noch eine Quelle für Wild, die ich nicht brauche aktuell. Was kriege ich hier? Ein Tiger. Ein Tiger. Gar nix, hä? Mäh, äh, äh, ich hab ein Schaf gehört. Und ein Pferd. Das war Hakim. Ich seh's aber nicht. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Ja. Ja. Ich seh's aber nicht. 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 40 Steine, das wär's doch jetzt noch. Sollen wir nochmal gucken, ob der Geologe vielleicht doch ankommt? 300 Gold. Na, dann holen wir's halt. Ich hab so das Gefühl, alles, was ich hier einnehme, werde ich nachher eh verlieren, wenn er mich dann angreift. Ja. Also, Eisen wär cool, haben wir aber nicht. Wir brauchen für den Stufenaufstieg auf jeden Fall auch noch ein Lagerupdate, aber wir haben auch kaum reiche Bürger. Wir haben reiche Bürger, aber halt nicht genug. Und hier ist... Hä? Geht noch. Eine Apotheke steht schon. Käserei haben wir ausgebaut. Tja. Die hier müsste ich halt mal platt machen. Wenn ich euch irgendwie ein wildes Tier... Ich könnte mal vorbeireiten. Hakim, komm mal her. Sofort. Hakim, komm mal her. So, Bier. 27. Ab dafür. Lass uns mal noch checken, was... Alter, lauf! Schon unterwegs. Was hier unten ist, was wir noch gar nicht sehen. vielleicht ein Hafen oder sowas? Sofort. Wir haben ein Prätorium eingenommen. So, hier ist... Was ist das? Vulkan? Stein. Schön. Schon unterwegs. Die Frage ist... Die Frage ist... Würden... Die Banditen... Na klar, die würden die auch töten, ne? Wie ihr wünscht. Alles klar. Verstanden. Und hier geht's gar nicht weiter. Aha. Schon unterwegs. Ich hab gedacht... Okay, für den Sektor muss ich da vorbei. Mein Gott. Okay. Guck mal, ob du lebend wieder zurückkommst. Wenn nicht, ist auch egal. Das war oder? Y2 Und hier oben! Du hast...